Das Jahr 2023 hat uns schon einige neue Windeln gebracht und wenn es nach Tückables geht, soll noch mehr dazu kommen. Die Party Monsters ist für Ende des Jahres angekündigt. Der Name ist Programm und erklärt sich selbst. Die Party Monster sind daher natürlich alle in Windeln unterwegs, wie sollte es auch anders sein? Es gibt von Tückables eine Seite, auf der sind fünf Charaktere zu sehen. Wer genauer hinschaut, merkt, dass jeder eine andere Windel trägt, obwohl die meisten weiß sind, hat Tommy rote kürzere Kleber, bei Bradford sind sie blau und Fins Kleber sind in einem anderen rot und sehen länger aus. Bei Orson ist eine kleine Schleichwerbung drin, er trägt die Chemis vom gleichen Hersteller, die durch ihre Tarnfarbenmuster in blau sofort auffallen. Finn fordert sogar mit einem Schild auf, mehr Windeln zu tragen, das passt perfekt zu Party Monstern. Die Windeln haben vorne die Motive aufgedruckt, hinten auf dem Po sogar noch größer, als vorne. Da fünf verschiedene zu sehen sind, gibt es wahrscheinlich jeden Charakter zweimal pro Packung. Ich habe das schon bei ein paar Windeln gesehen, dass eine Packung mehrere Motive im Wechsel enthält. Trotzdem ist es eher selten, viele bleiben beim gleichen Motiv. Wahrscheinlich, weil es in der Produktion einfacher ist. Die Party Monsters haben einen Bund vorne und hinten, eine Cuddlecloth-Außenschicht und werden per Klettverschluss verschlossen. Außerdem verspricht der Hersteller einen extra großen Auslaufschutz, sodass zusätzliche Einlagen kein Problem sein sollten. Wie sieht es mit der Saugleistung aus? 7,5 Liter nach Isotest werden versprochen. All das sind natürlich theoretische Werte und Versprechungen, die aktuell nicht überprüft werden können, weil die Windel ja bisher noch nicht verfügbar ist. Was aber laut den Bildern schon feststeht, die Größen M, L und XL werden angeboten. Man versucht also nicht zu sparen, indem XL gestrichen wird, wie es manch andere machen, insbesondere bei Neuerscheinungen. Wann die Party Monsters genau zu kaufen sein wird, verrät der Hersteller leider ebenfalls nicht, als Zeitspanne ist nur Ende 2023 angegeben. Das ist nicht mehr lange, wir haben ja bereits Mitte November. Und das ist nicht die einzige Windel, auf die wir warten, die Puppers ist schon seit einer ganzen Weile angekündigt, auf deren Seite steht immer noch dieses Jahr. Ob das noch zu schaffen ist? Die Little Wash stimmt skeptisch, weil sie auch zuerst für 2023 angekündigt war und mittlerweile auf den Sommer 2024 verschoben wurde. Es bleibt spannend, welche neuen Windeln wir von Tycables noch in den letzten Wochen des Jahres sehen werden. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Abonniert dafür gerne meinen Kanal, sofern ihr es noch nicht getan habt. Das Abo ist kostenfrei und ihr werdet dann als einer der ersten über neue Windeln und Praxistests informiert. Bleibt trocken, bis zum nächsten Video.